Servus und hallo zur Wochenwettershow für die Sport- und Vitalregion Aachensee. So langsam aber sicher wird das was mit dem Sommerwetter. Am kommenden Montag, den ersten Juni, ist ja schließlich auch schon meteorologischer Sommeranfang. Letzte Woche gab es zwar oft Regen, am Pfingstsonntag konnte sich aber auch mal für längere Zeit die Sonne durchsetzen, wie auch hier die Bilder unserer Livecam am Zwölferkopf mit Blick über Pertisau zeigen. Am Mittwoch haben wir es aber erstmal noch mit dichten Wolken zu tun. Gelegentlich kann da auch noch ein wenig Regen fallen. Im Tagesverlauf wird es jedoch trocken und es zeigt sich bis zum Nachmittag immer häufiger die Sonne. Dabei bleibt es noch eher frisch. Die Temperaturen steigen nur auf Werte zwischen 10 und 15 Grad. Deutlich wärmer wird der Donnerstag. Die Temperaturen machen einen großen Sprung nach oben. Es werden 18 bis 20 in Wiesing sogar bis zu 22 Grad erreicht. Dazu gibt es Sonnenschein vom Feinsten. Es ziehen da kaum Wolken durch. Der Donnerstag hat also gute Chancen auf den Titel Schönster Tag der Woche. Seit 1902 wird hoch über dem Aachensee Tiroler Steinöl aus Ölschiefer gewonnen. In vielen Wellnessabteilungen in den Aachenseer Hotels können sie Pflegemittel aus diesem einzigartigen Öl am eigenen Leib testen. Wer mehr über die 100-jährige Geschichte des Steinöls und die Arbeit der Steinölbrenner erfahren möchte, besucht am besten den Tiroler Steinöl Vitalberg. Mit einem Audio-Guide geht es durch das Museum, das übrigens im Bergbaustil gestaltet wurde. Im Shop erfahren Sie alles Wissenswerte über die Produkte und hier können Sie sich natürlich auch etwas von dem kostbaren und pflegenden Öl mit nach Hause nehmen. Zurück zum Wetter. Und das sieht am Freitag zunächst noch recht freundlich aus. Es scheint erneut die Sonne und es wird frühsommerlich warm mit 20 bis sogar 24 Grad. Im Tagesverlauf fängt es jedoch an zu brodeln. Es bilden sich Quellwolken und schließlich auch einzelne Schauer oder sogar Gewitter. Na, haben Sie schon Ihre Bikini-Figur? Wenn nicht, Laufschuhe raus und ab an den Aachensee. Hier kann man in frischer Frühlingsluft erste Trainingsläufe absolvieren. Es gibt 23 beschilderte Lauf- und Nordic-Walking-Strecken. Anfängern wird der Einstieg auf kurzen Runden in flachem Gelände leicht gemacht. Geübte Läufer kommen auf den längeren und teilweise auch steileren Strecken auf ihre Kosten. Besonders beliebt ist die Laufrunde um den gesamten See kann man auch schon mal für den Aachenseelauf Anfang September trainieren. Am Wochenende bekommt unser Frühlingswetter einen Dämpfer. Am Samstag über die wiegen die Wolken, es fällt da zeitweise Regen. Es wird auch wieder etwas frischer mit maximal 18 Grad im Tal. In 2000 Meter Höhe werden maximal 7 Grad erreicht. Am Sonntag und Montag erholen sich die Temperaturen wieder. Es geht wieder aufwärts. Es bleibt jedoch leicht wechselhaft. Es gibt nämlich weitere Schauer. Zwischendurch bleibt es aber auch mal längere Zeit trocken. Das heißt, so richtiges Regenwetter wie in der vergangenen Woche steht nicht auf dem Programm. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit am größten See Nordtirols. Servus, pfitts euch und bis bald!